Mit Flash-Up und virtuellen Teams haben wir als Agentur unseren zuvor größten Engpass namens Fachkräftemangel seit 2018 vollständig hinter uns gelassen. Und da wir unsere Projektteams nun nahezu grenzenlos skalieren können, wurden die planbare und vor allem reproduzierbare Kundenakquise unser wichtigster Engpass, um weiter wachsen zu können. Vorher hatten wir uns mit teuren Vertrieblern versucht, die meistens ihr Geld nicht mal wert waren und haben damit überhaupt keine Ergebnisse erzielt. Und dank Alex haben wir jetzt auch dafür eine Lösung gefunden mit unserem ersten Funnel, bei dem uns Alex tatkräftig unterstützt hat, haben wir endlich neue Wege gefunden, um so Kunden zu gewinnen. Und zwar transparent, messbar und genauso flexibel und skalierbar wie unsere virtuellen Teams. Daher Alex, vielen Dank für deine professionelle und zuvorkommende Unterstützung. Es macht wirklich Spaß, mit dir zu arbeiten. Danke.